Herzlich Willkommen bei ABC, dem Audio Business Chart. Mein Name ist Josef Obergandschnick. Ich bin Vollblutbörsianer und ein leidenschaftlicher Unternehmer. Als Gründer von Ecobono habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, das Thema Finanzbildung in die Breite zu bringen und so Deutschland und Österreich aus dem Aktientern Röschen Schlaf zu befreien. Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast Netzwerk von Christian Drastil, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Sportlergehälter sorgen häufig für heftigen Diskussionsstoff. Nicht nur am Stammbisch, sondern auch bei Gesprächen mit Kollegen oder im Freundeskreis. Besonders die unfassbar hohen Gehälter der absoluten Topstars sorgen immer wieder für Aufregen. Lionel Messi gehörte, wie wir im letzten ABC-Podcast auch ausführlich dargelegt haben, mit einem Gehalt von 130 Millionen Dollar in der Saison 2021 zum den absoluten Top verdienen und führte das Ranking von Lee Brown James und Cristiano Ronaldo an. Mit dem WM-Titel kann man fast davon ausgehen, dass der Salär vom Lionel nochmal steigen wird. Bestimmende Sportarten sind hier Basketball und Fußball. Sieben der Top 10 kommen eben genau aus diesen Bereichen. Die Frage stellt sich aber auch, ja was ist es, wenn ich es nicht zum Topstar schaffe? Wenn ich es zwar schaffe, in einer der renommiertesten Ligen dieser Welt Fuß zu fassen, ein Durchschnittsspieler bin, was immer noch unfassbar gut wäre. Auf welches Jahresalär komme ich dort? Und hier ist es spannend, dass die NBA, also die Nationale Basketball-Liga in Amerika mit 8,32 Millionen Dollar die absolut höchsten Durchschnittsgehälter bezahlt. In der NBA gibt es allerdings auch eine sehr große Schere der durchschnittlichen Gehälter. Wenn du beispielsweise bei den New York Knicks spielst, hast du durchschnittlich 7 Millionen Dollar. Wenn du im Gegensatz dazu bei Portland Train Blazers spielst, kommst du auf ein Jahresalär von durchschnittlich 10 Millionen Dollar. Etwas abgeschlagen dahinter ist für mich absolut überraschend. Die Indian Premier League, das ist eine Cricket-Liga, die durchschnittlich ihren Spielern 5,3 Millionen Dollar bezahlt. Also muss ich gestehen, war jetzt nicht wirklich auf meinem Radar. Und auf Platz 3 kommt die amerikanische Baseball-Liga MLB mit einem Salär von 4,03 Millionen durchschnittlich pro Spieler. Und erst an Stelle Nummer 4 kommt die bestbezahlendste Fußball-Liga der Welt, das ist die englische Premier League, die 3,97 Millionen Durchschnittsgehalt bezahlt. Auf Platz 5 kommt noch die NFL, da sind wir dann beim Football mit 3,26 Millionen und die NHL, also die Eishockey-Liga in Amerika mit 2,69 Millionen. Und dann gibt es an und für sich nur mehr Fußball-Liga. Hinter der Premier League ist die La Liga mit einem Durchschnittsgehalt von 2,55 Millionen. Die, ja, jene Liga, wo man eben noch sehr, sehr gutes Geld verdienen kann. Dahinter kommt die Serie A und in der deutschen Bundesliga mit 1,98 Millionen Durchschnittsgehalt. Ja, liegt noch ungefähr auf der Hälfte im Vergleich zu einem durchschnittlichen Premier League-Gehalt. Und in der Liga 1, also in der französischen Liga, hat man ebenfalls noch ein Durchschnittsgehalt von 1,3 Millionen. Spannend ist es jetzt natürlich auch, wenn man sich die Frage stellt, ja, warum verdienen Sportler denn überhaupt so viel? Da ist es so, dass eben viele Sportler nur eine sehr begrenzte Berufslebensdauer im Sport haben. Das heißt, sie haben da teilweise, ja, nur wenige Jahre, wo man wirklich gut verdienen kann. Die meisten Sportler gehen spätestens in ihren 30ern in Renze. Ich meine, ausgenommen ist natürlich der Lionel Messi, Roger Federer oder auch vielleicht ein Cristiano Ronaldo. Allerdings, ja, wie gesagt, gerade bei harten Sportarten, also richtig körperbetonten Sportarten wie der NFL und so weiter, ja, da wird man schwer schaffen in den 30ern ja noch wirklich, wirklich gut zu spielen. Ausnahme wie der Tom Brady, der ihm vor wenigen Tagen erst einen Rücktritt bekannt gegeben hat, bestätigen da natürlich immer die Regel. Und wenn ich mir das jetzt überlege, als Sportler habe ich dann vielleicht vier oder fünf Jahre Zeit oder vielleicht zehn Jahre, wo ich wirklich gutes Geld verdiene, muss aber von diesem Geld oft, ja, ein ganzes Leben lang zehren. Die anderen Jobs sind auch absolut begrenzt. Und auffallend ist, dass man hier von den großen Ligen, vor allem in Amerika, wirklich gutes Geld verdienen kann. Also wie gesagt, die NB auf Nummer eins, dann haben wir die MLB, also die Basketball-Liga auf dem Platz Nummer drei, die NFL beziehungsweise auch die NHL, da sind wir dann auch auf Nummer fünf und Nummer sechs. Das heißt, dass in einem anderen für sich alles liegen, die gute Durchschnittsgehälter bezahlen. Und besonders spannend finde ich, dass man eben in Amerika an jedem einzelnen Tag im Jahr irgendein Sport-Event hat. Einzige Ausnahme ist das All-Star-Game der Major League Baseball, also MLB. Und zwar wird da einen Tag davor und einen Tag danach kein offizielles Sport-Event durchgeführt. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt. Bei ABC, dem Audio-Business-Chart, werden Bilder zu Worten. Stay tuned und abonniere diesen Kanal. Ich wünsche dir eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal bei ABC, dem Audio-Business-Chart. Servus und Baba. Bild in Audio-Business-Chart. Servus. Dimension